Arthur Conan Doyle Die Blutbuchen Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Markus Hamele Ja, so kommt alles ans Licht, mein lieber Watson, sagte Holmes, zwinkerte lustig mit den Augen und legte die Ausgabe des Telegraph beiseite. Aber du hast deine Sache nicht so übel gemacht. Vor allem hat es mir wirklich gefallen, dass du dabei nicht den alleinigen Wert auf die sensationellen Fälle gelegt hast, sondern dich auch der kleinen, wenn auch nicht alltäglichen Fälle angenommen hast. Denn sie sind es ja, die mir meist mehr Gelegenheit zu den streng folgerichtigen Beweisführungen und Schlüssen geben, die meine eigenste Spezialität bilden. Und doch, versetzte Watson, kann ich mich selbst nicht ganz von dem Vorwurf der Sensationssucht freisprechen, der gegen meine Berichte schon erhoben worden ist. Du hast vielleicht den Fehler gemacht, fuhr Holmes fort, während er mit einem Stückchen glühender Kohle aus dem Kamin eine neue Zigarre anbrannte. Du hast vielleicht den Fehler gemacht, dass du dich bemüht hast, allen unseren Leistungen Farbe und Leben zu verleihen, statt dich auf die Darstellung meiner streng logischen Schlussfolgerungen von der Ursache auf die Wirkung zu beschränken, die in Wirklichkeit das einzig Bemerkenswerte an der ganzen Sache bilden. Ich denke doch, ich habe dir dabei volle Gerechtigkeit angedeihen lassen, entgegnete Watson etwas kühl, denn ihm war das starke Selbstgefühl zuwider, welches einen ziemlich ausgesprochenen Zug in Sherlock Holmes merkwürdigem Charakter bildete. Nein, es ist nicht Eigenliebe oder Einbildung von mir, bemerkte Holmes darauf, indem er nach seiner Gewohnheit nicht allein Watsons Äußerung beantwortete, sondern zugleich auch das, was dieser sich dabei gedacht hatte. Wenn ich volle Gerechtigkeit für meine Fähigkeiten verlange, so tue ich das, weil ich sie als etwas Unpersönliches, als etwas über mir Stehendes betrachte, Verbrechen kommen alle Tage vor, streng folgerichtiges Denken findet sich selten, deshalb hättest du dich mehr bei dem Letzteren aufhalten sollen, statt einer Reihe belehrender Vorträge sind unter deiner Hand ganz gewöhnliche Geschichten entstanden. Watson stand auf und blickte zum Fenster hinaus. Noch immer weilte ein dicker Nebel zwischen den Häusereien. Sensationssucht Fuhr Holmes nach einer langen Pause in seiner Vorlesung über Watsons schriftstellerische Missgriffe fort, während er den Rauch seiner Zigarre in die Luft blies. Sensationssucht wird man dir übrigens kaum zur Last legen können, handelt es sich doch bei einem guten Teil der Fälle, die du behandelt hast, gar nicht um Verbrechen im strengen Sinne des Wortes. Eher bist du vielleicht über dem Bestreben, dem Sensationellen aus dem Wege zu gehen, ins Alltägliche verfallen. Dies lässt sich wohl manchmal von dem Ausgang sagen, die Methode aber, nach der die Behandlung der Fälle erfolgte, war stets eigenartig und interessant. Dabei bleibe ich, entgegnete Watson. Nach was, mein lieber Junge? Was kümmert sich das Publikum, das große, oberflächliche Lesepublikum, um die feineren Schattierungen streng logischer Ableitung und Schlussfolgerung? Aber wahrhaftig, wenn deine Erzählungen trivial ausfallen, so kann man dir keinen Vorwurf daraus machen, denn die Tage der großen Fälle sind vorüber. Die Menschheit, oder zum wenigsten die Verbrecherwelt, hat alle Kühnheit und Originalität verloren. Meine eigene, bescheidene Praxis befindet sich allem Anschein nach auf dem besten Wege, zu einem Fundbüro für verlorene Gegenstände und zu einer Auskunftsstelle für Schullehrerinnen herabzusinken. Schlimmer kann es übrigens jetzt wohl kaum mehr werden. Mit dieser Zuschrift, die ich heute früh erhielt, dürfte ich vermutlich beim Nullpunkt angelangt sein. Da, Lies. Damit warf Holmes mir einen ganz zerknitterten Brief hin. Er war den Abend vorher am Montaguplatz geschrieben und lautete, Werte Herr Holmes, ich bin im Zweifel, ob ich eine mir angebotene Erzieherinnenstelle annehmen soll oder nicht und möchte sehr gerne ihren Rat in der Sache in Anspruch nehmen. Wenn ich sie nicht störe, werde ich morgen Vormittag um halb elf Uhr bei ihnen vorsprechen. Ihre ergebene Violet Hunter. Kennst du die Schreiberin? fragte Watson. Nein. Watson meinte, die Sache kann vielleicht interessanter ausfallen, als du denkst. Du erinnerst dich doch der Geschichte mit dem blauen Karfunkel, die sich zuerst ganz wie eine Posse ausnahm und sich dann zu einem wichtigen Kriminalfall entwickelte. So kann es diesmal auch gehen. Nun, wir wollen hoffen, sagte Holmes. Dann trennten sie sich und gingen zur Ruhe. Am nächsten Morgen, pünktlich zur angekündigten Stunde, betrat die Schreiberin des Briefes das Haus. Es war ein junges Mädchen, einfach, aber hübsch gekleidet. Sie hatte ein frisches, aufgewecktes Gesicht, voll Sommersprossen und verriet, durch ihr entschiedenes Auftreten, dass sie sich bis dahin allem hatte durch die Welt schlagen müssen. Sie nehmen mir doch nicht übel, dass ich sie belästige? Begann sie, als Holmes sich erhob, um sie zu begrüßen. Aber es ist mir etwas sehr Sonderbares begegnet, und da ich keine Eltern oder sonstige Angehörige habe, die ich um Rat fragen könnte, so dachte ich, sie wären vielleicht so freundlich, mir zu sagen, was ich tun soll. Bitte, nehmen Sie Platz, Fräulein Hunter. Ich stehe Ihnen gerne in jeder Weise zu Diensten. Es war wohl zu sehen, dass Holmes sich von dem Wesen und der Ausdrucksweise seiner neuen Klientin angenehm berührt fühlte. Er ließ den Blick prüfend über sie hingleiten und setzte sich dann mit gesenkten Lidern und aneinandergelegten Fingerspitzen zurecht, um ihrer Geschichte zuzuhören. Ich war fünf Jahre lang Erzieherin in der Familie des obersten Spence Monroe, begann sie. Allein vor etwa zwei Monaten erhielt der Oberst einen Posten in Halifax, in Neuschottland, und nahm seine Kinder mit, sodass ich meine Stelle verlor. Längere Zeit suchte ich durch die Zeitungen nach einem passenden Platz, jedoch ohne Erfolg. Zuerst begann die kleine Summe, die ich mir erspart hatte, auf die Neige zu gehen, und ich wusste mir nun nicht mehr zu helfen. In dem bekannten Westway-schen Stellenvermittlungsbüro im Westend pflegte ich so ziemlich jede Woche, einmal nachzufragen, ob sich nicht etwas für mich gezeigt habe. Als ich nun vorige Woche von der Inhaberin des Büros, Fräulein Stoper, in ihr Privatkonto gerufen wurde, fand ich einen Herrn an ihrer Seite sitzen. Er war von ungeheurer Körperfülle, und sein mächtiges Kinn fiel ihm in mehrfachen Falten auf die Brust herab. Dabei hatte er sehr freundliche Züge und trug einen Zwicker auf der Nase, durch den er die eintretenden jungen Damen angelegentlich musterte. Bei meinem Eintritt schnellte er förmlich von seinem Stuhl empor und wandte sich hastig zu Fräulein Stoper. »Das ist die Rechte«, sagte er. »Ich könnte gar nichts Besseres finden. Herrlich, herrlich!« Er schien ganz entzückt, rieb sich die Hände vor Vergnügen und machte einen solchen Eindruck von Wohlbehagen, dass es eine wahre Freude war, ihn anzuschauen. »Sie wollen sich nach einer Stelle umsehen, Fräulein?« redete er mich an. »Jawohl.« »Als Erzieherin?« »Und welches sind Ihre Gehaltsansprüche?« »In meiner letzten Stelle bei Oberst Munro hatte ich vier Pfund monatlich.« »Ohoho! Eine wahrhaft schlechte Bezahlung!« rief er mit seinen fetten Händen in der Luft herumfahrend, als befände er sich in höchster Aufregung. »Wie kann man nur eine Dame von so hervorragenden Eigenschaften und Leistungen eine so lächerliche Summe bieten?« »Meine Leistungen sind doch vielleicht nicht so bedeutend, als sie glauben,« bemerkte ich. »Etwas Französisch, etwas Deutsch, Musik und Zeichnen.« »Ach, das kommt bei mir alles nicht in Frage,« rief er. »Ob sie Erscheinung und Benehmen einer Dame von Stand haben oder nicht, darauf allein kommt es an?« »Ist dies nicht der Fall, so eignen sie sich nicht zur Erziehung eines Kindes, dem eines Tages vielleicht eine wichtige Rolle in der Geschichte des Landes zufallen wird.« »Trifft es aber zu? Wie konnte Ihnen dann ein anständiger Mann zumuten, sich mit weniger als hundert Pfund zu begnügen? Bei mir würde Ihr Gehalt mit diesem Betrage beginnen.« »Sie können sich vorstellen, Herr Holmes, dass mir in meiner bedrängten Lage dies Angebot zu verlockend erschien, dass ich kaum meinen Ohren traute. Der Herr jedoch, der vielleicht einen ungläubigen Ausdruck auf meinem Gesicht bemerkte, nahm nun eine Banknote aus seiner Brieftasche. »Es ist außerdem meine Gewohnheit«, fuhr er fort und verzog dabei sein Gesicht zu einem so liebenswürdigen Lächeln, dass seine Augen nur noch wie zwei glänzende Streifen zwischen den sie umgebenden Falten hervorblitzten, meinen jungen Damen die Hälfte ihres Gehaltes im Voraus einzuhändigen, damit ihnen die kleinen Auslagen für die Reise und für ihre Garderobe nicht schwerfallen. Eine derartige Liebenswürdigkeit und Rücksicht war mir, soweit ich mich erinnern konnte, in meinem ganzen Leben noch nirgends vorgekommen. Da ich bereits Schulden bei meinen Bekannten hatte, so kam mir der Vorschuss sehr gelegen, aber trotzdem lag etwas Unnatürliches in dem ganzen Handel, das in mir den Wunsch erweckte, noch einiges nähere zu erfahren, ehe ich mich völlig band. Darf ich fragen, wo Sie wohnen? Fragte ich. Hampshire, Copper Beaches, reizender Landsitz, fünf Meilen hinter Winchester, Sie können sich keine anmutigere Gegend, keinen netteren Wohnsitz denken, mein liebes Fräulein. Und worin würde meine Arbeit in Ihrem Hause bestehen? Darüber möchte ich doch auch gerne etwas erfahren. Es handelt sich um ein einziges Kind. Es ist ein kleiner, lieber Bengel von genau sechs Jahren. Wenn Sie sehen könnten, wie er schaden und andere Käfer mit dem Pantoffel tot schlägt, klatsch, klatsch, geht es und im Nu sind sie kaputt. Dabei lehnte er sich in den Stuhl zurück und lachte wieder, dass seine Augen völlig verschwanden. Ich war nicht wenig verdutzt über den eigentümlichen Zeitvertreib des Kindes. Allein da dessen Vater so darüber lachte, dachte ich, er mache vielleicht Scherz. Meine einzige Aufgabe wäre also, fragte ich weiter, für das eine Kind zu sorgen. Nein, nein, das ist nicht alles, rief er. Sie wären außerdem verpflichtet, was Sie ja gewisser selbstverständlich betrachten würden, den Weisungen von Seiten meiner Frau nachzukommen, vorausgesetzt natürlich, dass sich das alles im Rahmen dessen hält, was man von einer gebildeten jungen Dame erwarten kann. Dagegen haben Sie doch keine Bedenken, wie? Es wird mir ein Vergnügen sein, mich nützlich machen zu können. Nun ja, dann wollte ich noch mit Ihnen wegen der Kleidung sprechen. Wir sind wunderliche Leute, wissen Sie, wunderlich, aber gutmütig. Falls wir von Ihnen verlangten, ein Kleid von uns anzuziehen, so würden Sie keinen Einwand gegen diesen kleinen Wunsch erheben, nicht wahr? Nein, erwiderte ich, ziemlich erstaunt über diese Äußerung. Aber sich dahin und dorthin zu setzen, daran würden Sie doch keinen Anstoß nehmen? Oh nein! oder vor Ihrem Eintritt bei uns Ihr Haar ganz kurz abzuschneiden? Ich traute meinen Ohren kaum. Wie Sie vielleicht bemerken, Herr Holmes, ist mein Haar sehr stark und hat eine ganz besondere kastanienbraune Färbung, die schon oft Beachtung gefunden hat. Es fiel mir deshalb nicht ein, es so kurzerhand einfach zu opfern. Ich bedauere, aber das geht nicht, erwiderte ich. Er hatte seine kleinen Augen voll gespannter Erwartung auf mich geheftet und ich sah, wie bei meiner Antwort ein Schatten über seine Züge flog. Leider ist der Punkt ganz wesentlich, sagte er. Es ist das eine kleine Grille von meiner Frau und auf weibliche Grillen muss man Rücksicht nehmen, wissen Sie, Fräulein? Also, Sie wollen Ihr Haar wirklich nicht abschneiden? Nein, dazu könnte ich mich unmöglich entschließen, antwortete ich fest. So, dann muss ich leider verzichten. Es ist schade, denn Sie würden sonst wirklich sehr hübsch gepasst haben. Unter diesen Umständen, Fräulein Stoper, möchte ich gern noch ein paar von Ihren jungen Damen sehen. Die Vermittlerin hatte sich die ganze Zeit über mit ihren Papieren zu schaffen gemacht, ohne an eines von uns beiden ein Wort zu richten. Allein nun warf sie mir einen so unfreundlichen Blick zu, dass ich nicht anders annehmen konnte, als ich habe sie durch meine abschlägige Antwort um eine recht gute Vermittlungsgebühr gebracht. Wünschen Sie, noch länger vorgemerkt zu bleiben? fragte sie mich. Bitte, ja, Fräulein Stoper. Nun, das wird wohl keinen großen Wert haben, da Sie die besten Angebote in dieser Weise ausschlagen. Sie können doch kaum von uns erwarten, dass wir uns noch viele Mühe geben werden, Ihnen nochmals eine solche Gelegenheit zu verschaffen. Guten Tag, Fräulein Hunter. Damit war ich verabschiedet. Als ich nun wieder zu Hause war, Herr Holmes, und dort nichts vorfand als ein paar Rechnungen auf dem Tisch, die ich nicht bezahlen konnte, da begann ich mir doch die Frage vorzulegen, ob ich nicht einen dummen Streich gemacht hätte, denn schließlich, wenn diese Leute absonderliche Launen hatten und höchst merkwürdige Dinge von einem verlangten, so zahlten sie auch gehöre ich dafür. Hundert Pfund im Jahre verdienen nur sehr wenige Erzieherinnen in England. Und dann, was nützen mir meine Haare? Es gibt viele, denen sie kurzgeschnitten besser stehen. Vielleicht gehöre ich auch zu dieser Zahl. Am nächsten Tage neigte ich bereits sehr der Auffassung zu, dass ich einen Fehler begangen hätte, und am dritten war ich fest davon überzeugt. Ich hatte meinen Stolz schon beinahe so weit überwunden, dass ich nochmals auf dem Büro nachfragen wollte, ob die Stelle noch offen sei. Als ich von dem Herrn selbst diesen Brief hier erhielt, ich will ihn vorlesen. The Copper Beaches by Winchester. Wertes Fräulein, Fräulein Stoper war so freundlich, mir ihre Adresse zu geben. Ich schreibe ihnen deshalb von hier aus, um bei ihnen anzufragen, ob sie sich ihren Entschluss noch einmal überlegt haben. Meine Frau wünscht sehr, dass sie bei uns eintreten. Sie ist ganz entzückt von der Schilderung, die ich ihr von ihnen gemacht habe. Wir sind bereit, 30 Pfund das Vierteljahr, also jährlich 120 Pfund, zu geben, um sie für alle Unannehmlichkeiten, die ihnen etwa aus unseren Grillen erwachsen könnten, schadlos zu halten. Im Grunde wollen diese Letzteren übrigens gar nicht so viel bedeuten. Meine Frau hat eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Schattierung von Blö-Elektrik und wünschte deshalb, dass sie morgens im Hause ein Kleid von dieser Farbe tragen. Sie brauchen sich jedoch ein solches nicht anzuschaffen, da wir selbst eins besitzen, das meiner zur Zeit in Philadelphia befindlichen lieben Tochter gehört und das ihnen vermutlich vollkommen passen wird. Unsere besonderen Wünsche wegen dieses Ortes, wo sie sich hinsetzen oder wegen der Art, wie sie sich die Zeit vertreiben sollen, werden ihnen keinerlei Unannehmlichkeiten verursachen. Was ihr Haar betrifft, so ist es schade darum, mir selbst ist während unseres kurzen Zusammenseins dessen Schönheit aufgefallen. Allein leider muss ich aus diesen Punkten unwiderruflich beharren und will nur hoffen, dass sie in der Erhöhung ihres Gehalts einen Ersatz für den Verlust finden. Ihre Pflichten bei dem Kind sind nicht schwer, also machen sie den Versuch. Ich werde sie von Winchester in meinem Wagen abholen. Lassen sie mich wissen, in welchem Zuge sie eintreffen. Ihr ergebener Jephro Rookastle Dies ist der Brief und ich bin entschlossen, die Stelle anzunehmen. Ehe ich jedoch den entscheidenden Schritt tue, wollte ich gerne die ganze Angelegenheit noch ihrer Erwägung unterbreiten. Wenn sie sich bereits entschlossen haben, Fräulein Hunter, so ist die Frage ja schon entschieden, meinte Holmes lächelnd, sind sie denn der Ansicht, ich sollte lieber abschreiben? Hätte eine Schwester von mir Aussicht auf diese Stelle, so wäre mir dies nicht gerade erwünscht, das muss ich gestehen. Wie soll man sich nur alles erklären, Herr Holmes? Ohne nähere Anhaltspunkte möchte ich keine Vermutung aussprechen, vielleicht haben sie sich selbst eine Ansicht darüber gebildet? Ich kann mir nur eine einzige Erklärung dafür denken, Herr Rookastle machte einen sehr freundlichen, gutmütigen Eindruck. Wäre es nicht möglich, dass seine Frau verrückt ist und dass er dies geheim zu halten sucht, damit sie nicht etwa in einer Anstalt verbracht wird und und dass er ihren tollen Launen in jeder Weise entgegenkommt, um einem Ausbruch vorzubeugen? Diese Erklärung hat, wie die Sache liegt, in der Tat am meisten für sich. So viel ist jedenfalls sicher, dass eine solche Häuslichkeit nichts Anziehendes für eine junge Dame hat. Aber das Gehalt, Herr Holmes, das Gehalt! Nun ja, freilich, die Bezahlung ist gut, zu gut. Das ist es gerade, was mir nicht behagen will. Warum bezahlt man ihnen 120 Pfund im Jahr, während unter gewöhnlichen Verhältnissen 40 Pfund vollauf genügen? Dahinter muss ein ganz gewichtiger Grund stecken. Ich dachte, es wäre gut, sie in die Verhältnisse einzuweihen, damit sie wissen, um was es sich handelt. Falls ich später einmal ihrer Hilfe bedürfen sollte, das Bewusstsein, dass sie hinter mir stehen, würde mir viel mehr Mut verleihen. Nun, dieses Bewusstsein dürfen sie getrost mitnehmen. Ich versichere ihnen, dass ihr kleines Problem das Interessanteste zu werden verspricht, das mir seit mehreren Monaten vorgekommen ist. Es bietet einige Züge ganz besonderer, überraschender Art. Sollten sie sich je einmal in Zweifel oder in Gefahr befinden? Gefahr? Was für eine Gefahr denken sie sich als möglich? Hobbes schüttelte ernst den Kopf. Könnten wir 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 darüber bestimmt aussprechen? So wäre es ja keine Gefahr mehr. Doch es bedarf nur eines Telegramms und ich werde zu jeder Tages- oder Nachtstunde zu ihrem Beistand bereit sein. Das genügt. Damit erhob sie sich frisch und munter und ihre Züge zeigten keine Spur von Ängstlichkeit mehr. Nun gehe ich ganz guten Mutes meiner neuen Bestimmung entgegen. Ich werde Herrn Rewcastle unverzüglich schreiben, mein Haar heute Abend opfern und morgen nach Winchester fahren. Die junge Dame scheint mir manns genug zu sein, sich selbst zu schützen, bemerkte Watson, als ihre raschen, festen Schritte auf der Treppe verklangen. Sie wird es wohl auch tun müssen, erwiderte Holmes ernst, Wenn ich mich nicht sehr täusche, werden wir schon in wenigen Tagen Nachricht von ihr erhalten. Es dauerte auch nicht lange, so ging seine Vorhersagung in Erfüllung. Während der nächsten 14 Tage ertappte Watson häufig seine Gedanken auf der Wanderung zu dem alleinstehenden Mädchen, das vom Schicksal auf einen so rätselhaften Irrweg verschlagen worden war, das ungewöhnlich hohe Gehalt, die sonderbaren Bedingungen, die leichten Obliegenheiten, dies alles war ganz gegen die Regel und doch konnte er schlechterdings nicht mit sich darüber ins Reine kommen, ob es sich dabei nur um eine verrückte Laune oder um einen verbrecherischen Zweck handelte und ob der Mann ein philanthropischer Schwärmer oder ein Schurke war. Holmes saß oft eine halbe Stunde lang mit gerunzelten braun in tiefes Nachdenken versunken, fing Watson jedoch von der Sache an, so winkte er immer ab. Tatsachen, Tatsachen, rief er ungeduldig aus, ich muss doch vor allem festen Grund unter den Füßen haben. Wenn er sich aber dann erhob, machte er jedes Mal die Bemerkung, seiner eigenen Schwester würde er niemals gestattet haben, eine derartige Stelle anzunehmen. Das erwartete Telegramm traf eines Abends spät ein, als Watson eben im Begriffe war, sich zurückzuziehen und Holmes sich anschickte, seine geliebten chemischen Untersuchungen anzustellen, die ihn die ganze Nacht festhielten. Er hatte Watson ihn doch schon oft abends über seine Gefäße und Gläser gebeugt verlassen und ihn am nächsten Morgen zur Frühstückstunde noch in derselben Stellung getroffen. Er riss den gelben Umschlag auf, überflog den Inhalt der Depesche und dann reichte er sie dem Freund. Sie gleicht die Züge im Kursbuch nach, sagte er dabei, indem er sich wieder seiner Beschäftigung zuwandte. Es war eine kurze, dringende Aufforderung. Sie lautete, kommen Sie bitte morgen Mittag in den schwarzen Schwan in Winchester. Kommen Sie ganz bestimmt. Ich weiß nicht mehr aus noch ein, Hunter. Willst du mich begleiten? fragte Holmes aufschauend? Ja, gerne, antwortete Watson. Dann sieh nur gleich nach. Ein Zug um halb zehn Uhr, sagte der Doktor in sein Kursbuch blickend, trifft in Winchester um halb zwölf Uhr ein. Das passt ja ganz gut. Dann will ich meine Untersuchung hier lieber auf sich beruhen lassen, denn wir müssen morgen früh frisch und munter sein. Am nächsten Morgen befanden sie sich gegen elf Uhr nicht mehr weit vom Ziele der Fahrt. Holmes hatte sich während der ganzen Zeit in die Morgenblätter vergraben, als sie jedoch aus dem Gebiet Gebiet von Hemmscheier angelangt waren, warf er sie beiseite, um die schöne Gegend anzusehen. Es war ein wundervoller Frühlingstag, am lichtblauen Himmel flogen weiße Federwölkchen hin und bei dem hellen Sonnenschein lag in der Luft etwas herrlich Erfrischendes. Rings in der Runde bis zu den fernen Hügeln von Aldershot blickten überall die roten und grauen Dächer der Gehöfte aus dem zarten jungen Grün hervor. Wie frisch und hübsch diese Häuschen daliegen, rief Watson mit der Begeisterung eines Menschen, der eben erst die nebeldünste Londons hinter sich gelassen hatte. Doch Holmes schüttelte ernst den Kopf. Weißt du Watson, meinte er, das gehört mit zu den Schattenseiten meiner Geistesanlage, dass ich immer alles unter dem Gesichtspunkte des Falles ansehen muss, der mich gerade beschäftigt. Du hast beim Anblick dieser zerstreuten Behausungen nur die Empfindung ihrer Schönheit. Ich dagegen muss immer daran denken, wie einsam sie liegen und wie leicht sich darin ein Verbrechen begehen lässt, das seiner Strafe entgeht. Liebe Zeit, rief Watson aus, wer möchte bei diesen netten alten Heimstätten an Verbrechen denken? Mich erfüllen sie stets mit einem gewissen Schauder. Nach meinen Erfahrungen bin ich fest überzeugt, die verrufensten Gassen Londons liefern keine so reiche Ausbeute an Missetaten als dieses lachende Gelände hier. Das klingt ja ganz entsetzlich. Und doch liegt der Grund sehr nahe. In der großen Welt tritt die öffentliche Meinung ergänzend ein, wo die Macht des Gesetzes nicht ausreicht. Da gibt es keine noch so elende Gasse, wo der Schmerzensschrei eines gequälten Kindes oder die rohe Gewalttat eines Trunkenboldes nicht Mitleid und Empörung bei den Nachbarn erweckte. Auch sind sämtliche Werkzeuge der Rechtspflege jederzeit so bei der Hand, dass ein Wort der Klage hinreicht, um sie in Bewegung zu setzen, und es ist nur ein Schritt vom Verbrechen zum Gefängnis. Betrachte dagegen diese einsamen Häuser, umgeben von eigenem Grund und Boden, bewohnt von armem, unwissendem Volk, das Gesetz und Recht kaum von Ferne kennt. Stell dir die Taten höllischer Grausamkeit, heimlicher Verruchtheit vor, die sich vielleicht Jahr aus, Jahr ein an solchen Städten abspielen, ohne dass eine Seele es ahnt. Wäre die Familie, bei der unsere Schutzbefohlene einzutreten hatte, in Winchester, ich würde mir niemals sorgen, um sie gemacht haben, dass sie fünf Meilen von dort entfernt auf dem Lande wohnt, darin liegt die Gefahr. Und doch ist sie selbst offenbar persönlich nicht bedroht. Nein, wenn sie uns nach Winchester entgegenkommen kann, so darf sie ja ihren Aufenthaltsort ungehindert verlassen. Gewiss, ihre Freiheit ist ihr nicht genommen. Was kann aber nur dahinter stecken, weißt du denn gar keine Erklärung dafür? Ich habe mir sieben verschiedene Erklärungen ausgedacht, von denen jede sich mit den Tatsachen decken würde, soweit wir sie kennen. Aber welche die richtige ist, lässt sich nur aufgrund der neuen Mitteilungen bestimmen, die wir zweifellos bekommen werden. Nun, da ist ja bereits der Turm der Kathedrale Wir werden also bald alles wissen, was Fräulein Hunter inzwischen erlebt hat. Das Gasthaus zum Schwarzen Schwan an der Hauptstraße, nicht fern vom Bahnhof gelegen, hat einen guten Ruf. Dort fanden sie Fräulein Hunter bereits wartend vor. Sie hatte ein Zimmer für die beiden Herren bestellt und auf dem Tisch stand ein Imbiss bereit. Ich bin so froh, dass sie gekommen sind, sagte sie lebhaft. Es ist sehr gütig von ihnen beiden, aber ich weiß auch wirklich nicht, was ich tun soll. Ihr Rat wird mir von unschätzbarem Wert sein. Bitte, erzählen sie uns ihre Erlebnisse. Das will ich. Und ich muss mich damit beeilen, denn ich habe Herrn Ruecastle versprochen, um drei Uhr zurück zu sein. Er erlaubte mir heute Vormittag nach der Stadt zu fahren. Natürlich hatte er keine Ahnung zu welchem Zweck. Erzählen sie uns nur alles hübsch nach der Reihe, wiederholte Holmes, indem er seine Beine am Feuer ausstreckte und sich zum Zuhören zurechtsetzte. Ich möchte gleich vorausschicken, begann Fräulein Hunter, dass mir im Großen und Ganzen keinerlei schlechte Behandlung von Herrn und Frau Ruecastle widerfahren ist. Gerechterweise muss ich das hervorheben. Allein ich werde nicht klug aus den Leuten und fühle mich daher beunruhigt. Was kommt ihnen unverständlich vor? Die Gründe für ihr verhalten, doch ich will ihnen alles ganz genau berichten. Bei meiner Ankunft hier holte mich Herr Ruecastle in seinem Jagdwagen nach Copper Beaches ab. Die Umgegend ist allerdings schön, wie er gesagt hatte, das Haus selbst aber durchaus nicht freundlich, nur ein plumpes viereckiges Gebäude, dessen weiße Tünche überall mit Flecken und Streifen von innerer und äußerer Feuchtigkeit durchzogen ist. Ringsherum ist ein freier Platz, dann erstreckt sich auf drei Seiten Wald, auf der vierten ein Feld bis zur Straße nach Southampton, die auf etwa hundert Schritte Entfernung im Bogen am Einfahrtstor vorbeiführt. Die Anlagen auf der Vorderseite gehören zum Hause, während die Wälderings um Lord Suthersons Privateigentum sind. Gerade vor dem Haupteingang des Hauses steht eine Gruppe Blutbuchen, von denen das Anwesen seinen Namen hat. Während der Fahrt war Herr Ruecastle, der selbst kutschierte, äußerst liebenswürdig und noch am selben Abend stellte er mich seiner Frau und seinem Kind vor. Die Vermutung, die uns bei meinem Besuche bei ihnen so naheliegend erschien, hat sich nicht bestätigt. Frau Ruecastle ist nicht geisteskrank. Ich fand in ihr eine stille, blasse Frau, die offenbar noch nicht dreißig Jahre alt, also bedeutend jünger ist als ihr Mann, der wohl kaum weniger als fünfundvierzig zählen wird. Aus dem Gespräch der beiden entnahm ich, dass sie seit ungefähr sieben Jahren verheiratet sind, dass er Witwer war und aus erster Ehe die eine Tochter hatte, die sich nun in Philadelphia befindet. Unter vier Augen teilte mir Herr Ruecastle mit, der Grund, der sie fortgetrieben habe, sei eine ganz unvernünftige Abneigung gegen ihre Stiefmutter. Da die Tochter mindestens 20 Jahre alt gewesen sein muss, so lässt sich denken, dass ihre Stellung gegenüber der jungen Frau ihres Vaters nicht die angenehmste war. Frau Ruecastles geistiges Wesen ist genauso farblos wie ihr Gesicht. Sie machte gar keinen Eindruck auf mich, weder in günstigem noch in entgegengesetztem Sinn. Sie ist eine völlige Null. An ihrem Gatten und ihrem kleinen Jungen hängt sie sichtlich mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit. Unablässig wandern ihre hellgrauen Augen von dem einen zum anderen, um ihnen jeden geringsten Wunsch an den Augen abzulesen und demselben wie möglich zuvor zu kommen. Er seinerseits ist gegen sie ebenfalls gut in seiner plumpen, ungestümen Weise und so musste ich sie im Ganzen für ein glückliches Paar halten. Und doch hatte sie eine geheime Sorge, diese Frau. Oft saß sie ganz in Gedanken verloren mit dem allertraurigsten Ausdruck Ausdruck Mehr als einmal habe ich sie in Tränen getroffen. Manchmal dachte ich schon, sie betrübe sich so über die Sinnesart ihres Knaben, denn ein so gänzlich verdorbenes, bösartiges, kleines Wesen ist mir noch nie vorgekommen. Er ist klein für sein Alter, hat aber einen ganz unverhältnismäßig großen Kopf. Ausbrüche wilder Leidenschaft und finsterer Trotz wechseln unaufhörlich bei ihm. Geschöpfe zu quälen, die schwächer sind als er, ist das einzige Vergnügen, nachdem er strebt, und für den Fang von Mäusen, kleinen Vögeln und Insekten verrät er eine ganz bemerkenswerte Begabung. Doch ich will über diesen Jungen lieber keine Worte mehr verlieren, er hat auch mit meiner Geschichte nur wenig zu schaffen. Ich bin dankbar für alle Einzelheiten, bemerkte Holmes, ganz gleich, ob dieselben ihnen wichtig erscheinen oder nicht. Ich werde mich bestreben, nichts von Bedeutung zu übergehen. Das einzige Unangenehme im Hause, was mir sogleich auffiel, war das Aussehen und Benehmen der Dienerschaft. Diese besteht nur aus einem Manne und dessen Frau. Toller, so heißt er nämlich, ist ein rauer, wunderlicher Mensch mit grauem Haar und Bart und riecht beständig nach Alkohol. Zweimal schon, seit ich da bin, war er gänzlich betrunken und doch schien Herr Ruecastle sich nichts daraus zu machen. Seine Frau ist eine sehr große, starke Person mit mürrischem Gesicht, so schweigsam wie ihre Herrin, nur weit weniger liebenswürdig. Die beiden sind ein sehr unangenehmes Paar, allein glücklicherweise komme ich wenig mit ihnen in Berührung, denn ich bringe meine Zeit meist in der Kinderstube und in meinem eigenen Zimmer zu, welche ganz nahe besammen in einem Flügel des Gebäudes liegen. Die ersten zwei Tage nach meiner Ankunft in Copper Beaches ist mein Leben sehr ruhig verlaufen. Am dritten jedoch kam Frau Rue Castell gleich nach dem Frühstück herunter und flüsterte ihrem Gatten etwas zu. Oh ja, sagte dieser darauf sich zu mir wendend, wir sind ihnen sehr verbunden, Fräulein Hunter, dass sie auf unseren Wunsch eingegangen sind und sich ihr Haar abgeschnitten haben. Ich versichere ihnen, es hat ihrer Entscheidung nicht im mindesten Eintrag getan, jetzt wollen wir sehen, wie ihnen das blaue Kleid steht. Es liegt auf ihrem Bett und wenn sie es anziehen wollten, so würden wir ihnen beide sehr dankbar sein. Das Kleid, das für mich bereit lag, hatte einen ganz eigentümlichen blauen Farbton, der Stoff war sehr schön, ausgezeichnet, doch verrieten unverkennbare Spuren, dass es früher schon getragen worden war. Es passte, wie wenn mein Maß dazu genommen worden wäre. Als sich Herr und Frau Rukastl davon überzeugten, legten beide ein Entzücken an den Tag, das mir ganz unnatürlich übertrieben vorkam. Sie warteten im Wohnzimmer auf mich, einem sehr großen Raum, der die ganze Front des Hauses einnimmt und dessen drei hohe Fenster bis auf den Boden herabreichen. Am Mittelfenster, und zwar mit der Lehne dagegen, stand ein Stuhl. Auf diesen Stuhl musste ich mich setzen, während Herr Rukastl vor mir im Zimmer auf und ab ging und dabei eine ganze Reihe der tollsten Geschichten zum Besten gab, die ich je gehört habe. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie komisch das war. Ich wurde schließlich ganz müde vor lauter Lachen. Frau Rukastl dagegen, die offenbar keinen Sinn für Humor besitzt, verzog den Mund nicht zum leisesten Lächeln, sondern saß die Hände im Schoße mit trauriger, ängstlicher Miene da. Nach einer Stunde ungefähr bemerkte Herr Rukastl plötzlich, es sei Zeit, an die täglichen Beschäftigungen zu gehen, ich könne mich wieder umkleiden und zu dem kleinen Eduard ins Kinderzimmer gehen. Zwei Tage darauf wiederholte sich dieser ganze Vorgang unter ähnlichen Umständen. Wieder musste ich das andere Kleid anziehen, wieder mich ans Fenster setzen und abermals lachte ich aus vollem Halse über Herrn Rukastls tolle Geschichten, von denen er einen unerschöpflichen Vorrat besitzt und die er unnachahmlich vorträgt. Darauf gab er mir ein Buch in die Hand, rückte meinen Stuhl ein wenig zur Seite, damit mein Schatten nicht auf das Buch falle und bat mich, ihm aus dem selben Laut vorzulesen. Ich musste irgendwo im Kapitel anfangen und las etwa zehn Minuten lang, bis er mich plötzlich mitten in einem Satze aufhören ließ und mir sagte, ich solle mich wieder umkleiden. Sie können sich denken, Herr Holmes, wie groß meine Neugier war, die Bedeutung dieser merkwürdigen Komödie zu erfahren. So viel ich bemerkt hatte, waren beide Ehegatten stets eifrig bestrebt, meine Blicke vom Fenster abzuhalten. Ich verging deshalb förmlich vor Begierde, zu sehen, was hinter meinem Rücken vorgehe. Zuerst kam mir dies unmöglich vor, allein bald verfiel ich auf ein Mittel. Mein Handspiegel war zerbrochen und so kam mir der glückliche Einfall, ein Stück von dem Glase in meinem Taschentuch zu verstecken. Das nächste Mal hielt ich mir dieses beim Lachen vor die Augen und war nun mit einiger Geschicklichkeit imstande, alles hinter mir Befindliche zu sehen. Ich muss gestehen, war enttäuscht, denn ich bemerkte gar nichts. Wenigstens war dies mein erster Eindruck. Beim zweiten Blicke jedoch sah ich einen Mann auf der Landstraße stehen, einen kleinen, bärtigen, grau gekleideten Mann, der nach mir herüber zu schauen schien, da es eine Hauptverkehrsstraße ist, so sieht man dort meist Leute. Dieser Mann jedoch stand an den Zaun gelehnt, der das Grundstück umgibt und schaute angelegentlich nach dem Fenster. Ich nahm mein Taschentuch vom Gesicht und blickte Frau Rukastl an. Ihre Augen waren mit forschendem Blick auf mich gerichtet. Sie sagte nichts, aber ich bin fest überzeugt, sie hatte erraten, dass ich einen Spiegel in der Hand hielt und gesehen hatte, was hinter mir vorging. Mit einem Male stand sie auf. Jephro, sagte sie, da steht ein unverschämter Kerl auf der Straße, der nach Fräulein Hunter heraufschaut. Doch nicht etwa ein bekannter von Ihnen, Fräulein Hunter? fragte er, Ich kenne niemand hier in der Gegend. Nein, welche Frechheit. Bitte wenden Sie sich doch um und winken sie ihm zu. Er solle fortgehen. Es wäre gewiss besser, die Sache unbeachtet zu lassen. Nein, nein, wir würden ihn sonst immerfort hier herumlungern sehen. Bitte drehen sie sich um und winken sie ihm ab. Ich tat es und im selben Augenblick ließ Herr Rue Castle die Rollläden herab. Dies war vor einer Woche und seither habe ich nicht mehr am Fenster sitzen und das blaue Kleid nicht mehr anziehen müssen. Ich habe auch den Mann auf der Straße nicht mehr gesehen. Bitte fahren sie fort, bemerkte Holmes. Ihre Erzählung verspricht sehr interessant zu werden. Ich fürchte, sie ist recht unzusammenhängend. Es kann wohl sein, dass die verschiedenen Vorfälle, auf welche ich jetzt zu sprechen komme, sehr wenig miteinander zu tun haben. Gleich am allerersten Tage führte mich Herr Rukastel an ein kleines Häuschen, das neben dem Eingang zur Küche steht. Beim Hinzutreten vernahm ich das scharfe Rasseln einer Kette und ein Geräusch, wie wenn ein großes Tier sich darin bewegte. Da, schauen Sie hinein, sagte Herr Rukastel und zeigte mir eine Ritze zwischen zwei Planken. Es ist nicht ein Prachtexemplar, ich blickte hindurch und begegnete zwei glühenden Augen und einer Gestalt, die in unbestimmten Umrissen aus der Finsternis heraustrat. Haben Sie keine Angst? beruhigte mich mein Begleiter lachend, als er meine Gebärde des Schreckens sah. Es ist nur Carlo, der Kettenhund. Er gehört wohl mir, aber in Wirklichkeit ist der alte Toller mein Bedienter der Einzige, der etwas mit ihm machen darf. Er bekommt nur einmal am Tage zu fressen und auch da nicht zu viel, sodass er jederzeit scharf ist wie Gift. Jede Nacht lässt Toller ihn los und Gott sei dem Eindringling gnädig, der ihm zwischen die Zähne gerät. Setzen sie um des Himmels will nachts niemals unter irgendeinem Vorwand den Fuß über ihre Schwelle, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Diese Warnung war auch sehr am Platze. In der übernächsten Nacht schaute ich zufällig etwa um zwei Uhr morgens aus meinem Schlafzimmerfenster. Es war eine schöne Mondnacht und der Rasenplatz vor dem Hause strahlte fast taghell in Silberglanz. Gebannt von der friedlichen Schönheit dieses Bildes stand ich was regte. Als es in den Mondschein hinaustrat sah ich was es war. Ein riesiger Hund so groß wie ein Kalb von braun-gelber Farbe mit hängenden Backen schwarzer Schnauze und gewaltigen weit vorstehenden Knochen. Er schlich langsam über den Rasen und verschwand dann wieder auf der anderen Seite in der Dunkelheit. Ich glaube kein Einbrecher wäre imstande gewesen mir einen solchen Todesschrecken einzujagen wie dieser furchtbare stumme Wächter. Und nun habe ich ihnen noch eine ganz merkwürdige Entdeckung mitzuteilen. Ich hatte mir wie sie wissen in London mein Haar abschneiden lassen und verwahrte es zu einem großen Knäuel zusammengerollt unten in meinem Koffer. Eines Abends nachdem das Kind zu Bett war begann ich zum Zeitvertreib die Einrichtung meines Zimmers auszumustern und meine wenigen Habseligkeiten aufzuräumen. In meinem Zimmer stand eine alte Kommode deren zwei oberste Schubfächer offen waren während ich das unterste verschlossen fand. Nachdem ich die beiden oberen mit meinem Weißzeug angefüllt hatte war sonst noch gar vieles unterzubringen und so verdross es mich natürlich sehr dass ich das dritte nicht auch zur Verfügung hatte ich nahm an dieses sei vielleicht nur aus versehen verschlossen worden deshalb zog ich meinen Schlüsselbund heraus und versuchte es zu öffnen gleich der erste Schlüssel passte und so zog ich die Schublade auf es war nur ein einziger Gegenstand darin aber was für einer würden sie ganz gewiss niemals erraten es war mein Haarzopf ich nahm ihn heraus um ihn zu besichtigen die Haare hatten ganz genau die eigentümliche Farbe und die Stärke meiner eigenen aber dann drängte sich mir wieder die Unmöglichkeit der Sache auf wie konnten denn meine Haare in diese verschlossene Schublade kommen mit zitternden Händen öffnete ich meinen Koffer räumte ihn aus und zog unterst meinen Zopf hervor ich legte die beiden Zöpfe nebeneinander und ich gebe ihnen die Versicherung sie waren vollkommen gleich war das nicht merkwürdig ich mochte mir den Kopf zerbrechen wie ich wollte die Sache blieb mir ein völliges Rätsel ich legte den fremden Zopf wieder in die Schublade ohne Herrn Ruhcastle und seiner Frau gegenüber etwas von der Sache zu erwähnen denn ich fühlte wohl dass es nicht recht von mir gewesen war eine Schublade zu öffnen die sie verschlossen hatten ich bin von Natur eine scharfe Beobachterin wie sie vielleicht schon bemerkt haben Herr Holmes und hatte bald einen ziemlich genauen Plan des ganzen Gebäudes im Kopf ein Flügel desselben schien völlig unbewohnt zu sein eine Tür dem Eingang zur Behausung des tollerschen Ehepaares gegenüber führte zu diesem Flügel allein sie war stets verschlossen eines Tages jedoch stieß ich auf der Treppe auf Herrn Rukastel wie er seinen Schlüssel in der Hand aus dieser Tür heraus kam und zwar mit einem so veränderten Ausdruck dass ich den sonst so behäbigen gemütlichen Mann kaum wiedererkannte seine Wangen waren gerötet seine Brauen zornig gerunzelt und in der Erregung traten ihm die Adern an den Schläfen weit hervor er verschloss die Tür und eilte hinter mir die Treppe ohne ein Wort oder einen Blick an mich zu richten dies erregte meine Neugier und ich richtete deshalb den nächsten Spaziergang den ich mit dem Kleinen machte so ein dass ich dabei die Fenster an diesem Teil des Hauses im Auge hatte es waren vier in einer Reihe drei davon ganz mit Staub überzogen während an dem vierten der Laden geschlossen war offenbar waren die Räume zu denen wohnt während ich auf und abschlenderte und dabei gelegentlich einen Blick nach den Fenstern warf kam Herr Rookastle zu mir heraus seine Züge zeigten jetzt wieder ganz den heiteren gemütlichen Ausdruck wie immer ach redete er mich an sie müssen mich nicht für rücksichtslos halten weil ich ohne ein Wort an ihnen vorüber geeilt bin mein liebes Fräulein ich hatte den Kopf voll Geschäft Sachen ich gab ihm die Versicherung dass ich es ihm nicht übel genommen habe sie scheinen da oben eine ganze Reihe überzähliger Zimmer zu haben fuhr ich fort und an einem ist der Laden geschlossen er sah überrascht und wie es mir vorkam etwas verdutzt aus über meine Bemerkung ich bin Fotograf aus Liebhaberei sagte er und habe da oben meine Dunkelkammer eingerichtet aber du meine Güte an was für eine Beobachterin wir geraten sind wer hätte das geglaubt wer hätte das für möglich gehalten seine Worte klangen scherzhaft aber in dem Blick den er dabei auf mich richtete lag kein Scherz ich las darin wohl Argwohn und Ärger über nichts Spaßhaftes sehen sie Herr Holmes von dem Augenblick an als mir klar wurde dass es mit diesen Zimmern etwas auf sich habe wovon ich nichts wissen sollte brannte ich vor Begierde hinter die Sache zu kommen es war mehr als bloße Neugier obwohl ich auch davon mein gutes Teil besitze es es mehr ein Pflicht Gefühl die Empfindung dass es zum Guten dienen werde wenn ich mir in diese Räume Eingang verschaffe man spricht von weiblichem Instinkt vielleicht war es dieser der mir das Gefühl einflößte ich spähte nun emsig nach einer Gelegenheit zum Überschreiten der verbotenen Schwelle beiläufig bemerkt haben außer Herrn Ruhkastl auch Toller und seine Frau gelegentlich in den unbewohnten Räumen zu schaffen einmal sah ich die beiden zusammen ein großes Bündel schmutziger Wäsche durch die Tür tragen in den letzten Tagen trank Toller stark sodass er gestern völlig betrunken war und als ich die Treppe steckte der Schlüssel an der fraglichen Tür ganz sicher hatte er ihn stecken lassen Herr Ruhkastl und seine Frau waren mit dem Kinder unten und so bot sich mir die allerschönste Gelegenheit mein Vorhaben auszuführen sachte drehte ich den Schlüssel im Schlosse um öffnete die Tür und schlüpfte hindurch vor mir lag ein kurzer Gang der sich am oberen Ende recht winkelig fortsetzte um die Ecke befanden sich drei Türen in einer Reihe von denen die erste und die dritte offen waren sie führten in leere staubige öde Zimmer das eine mit zwei das andere mit einem Fenster die sämtlich derart mit Schmutz überzogen waren dass die abendliche Helle nur trübe hindurch schimmerte die mittlere Tür war zu und quer herüber durch eine dicke eiserne Stange verrammelt die an einem Ende mit einem Vorlegeschloss an einem Ring in der Wand befestigt war am anderen mit einem starken Strick die Tür selbst war verschlossen und der Schlüssel abgezogen diese verrammelte Tür gehörte offenbar zu demselben Raum wie das Fenster mit dem geschlossenen Laden an der Außenseite und doch konnte ich an dem hellen Streifen unten sehen dass es drinnen nicht dunkel war offenbar fiel durch ein Oberlicht heller hinein während ich in dem Gang stand und die unheimliche Tür betrachtete und mich dabei verwundert fragte was das wohl bedeuten sollte hörte ich plötzlich im Innern Schritte und sah wie in dem schmalen trüben Licht streifen der unter der Tür durchfiel ein Schatten sich vor und rückwärts bewegte ein jäher sinnloser Schrecken fasste mich bei diesem Anblick meine überreizten Nerven versagten plötzlich ich wandte mich um und rannte davon rannte als wäre eine gerässliche Hand hinter mir her um mich am Saum meines Kleides zu fassen ich lief den Gang entlang und zu der Tür hinaus gerade Herrn Rue Castle in die Arme der Außen stand und wartete so sagte er lächelnd also sie waren es ich dachte es mir gleich als ich die Tür offen stehen sah oh ich bin so erschrocken stieß ich zitternd hervor mein liebes Fräulein mein liebes Fräulein sie glauben gar nicht in wie liebevollem sanftem Ton er dies sagte und was hat sie erschreckt mein liebes Fräulein aber seine Stimme klang doch ein wenig gar zuschmeicheln man merkte gleich dass er unbefangen scheinen wollte ich war so töricht und betrat den unbewohnten Flügel antwortete ich aber es ist zu einsam und öde dort bei dieser trüben Beleuchtung dass mich die Angst packte und ich eilends wieder umkehrte und es ist zu schauerlich still da drinnen nichts sonst fragte er und sah mich dabei scharf an wieso was meinen sie damit fragte ich wozu glauben sie wohl dass ich diese Tür verschließe das weiß ich wirklich nicht nun damit niemand hineingeht der nichts darin zu schaffen hat verstehen sie dabei lag noch immer dieses liebenswürdige lächeln auf seinen Zügen ganz gewiss hätte ich das gewusst ich nun jetzt wissen sie es also und falls sie je wieder ihren Fuß über jene Schwelle setzen dabei verwandelte sich sein Lächeln mit einem schlage in ein wuterfülltes grinsen und erstierte mich mit einem teuflischen gesichtsausdruck an so werfe ich sie dem hunde vor ich war so entsetzt dass ich nicht mehr sagen konnte was ich tat vermutlich bin ich an ihm vorbei auf meinem zimmer geeilt als ich wieder zu mir kam lag ich auf meinem Bett und bebte im ganzen Körper da fielen sie mir ein Herr Holmes ich hielt es nicht länger aus ohne Beistand es graute mir vor dem Hause vor dem Herrn vor der Frau vor den Dienstboten selbst vor dem Kinde wenn ich sie nur hier hätte dachte ich wäre ich ganz ruhig ich hätte ja freilich aus dem Hause entfliehen können allein meine Neugier war fast ebenso groß als meine Angst mein Entschluss war bald gefasst ich wollte ihnen telegrafieren ich nahm Hut und Mantel und ging nach dem ungefähr eine halbe Meile entfernten Telegrafenamt und als ich zurückkam war mir bereits viel leichter ums Herz vor dem Tore fasste mich plötzlich der schreckliche Gedanke der Hund möchte am Ende losgelassen worden sein doch fiel mir dann wieder ein dass Toller sich an jenem Abend bis zur Sinnlosigkeit betrunken hatte und er war wie ich wusste der einzige der etwas mit dem gefährlichen Tier machen durfte außer ihm würde es niemand wagen es loszulassen unversehrt schlüpfte ich wieder herein und konnte die halbe Nacht nicht schlafen vor Freude bei dem Gedanken dass sie nun bald da sein würden urlaub in der Stadt erhielt ich heute früh ohne Schwierigkeit aber ich muss vor drei Uhr zurück sein denn Herr Rewcastle geht mit seiner Frau fort auf Besuch und sie werden den ganzen Abend ausbleiben so dass ich nach dem Kinder sehen muss jetzt habe ich ihnen alle meine Erlebnisse erzählt Herr Holmes und ich wäre sehr froh wenn sie mir sagen könnten was dies alles zu bedeuten hat und vor allem was ich tun soll Holmes und Watson hatten mit atemloser Spannung diesem merkwürdigen Berichte zugehört nun erhob sich Holmes und schritt die Hände in den Rocktaschen und mit dem Ausdruck tiefsten Ernstes im Zimmer auf und ab Ist Toller noch betrunken? fragte er Ja Ich hörte wie seine Frau zu Herrn Ruecastle sagte sie könne gar nichts mit ihm anfangen Das ist gut Und Ruecastles gehen heute Abend aus? Ja Ist ein Keller mit gutem festem Schloss vorhanden? Jawohl der Weinkeller Nach meinem Dafürhalten Fräulein Hunter haben sie in dieser Sache bis jetzt recht viel Mut und Umsicht bewiesen Glauben sie dass sie noch etwas weiteres leisten könnten? Ich würde die Frage nicht an sie richten wenn ich sie nicht für eine Ausnahme unter den Frauen hielte Ich will sehen ob ich es vermag Was ist es? Wir werden gegen sieben Uhr in Copper Beaches eintreffen mein Freund und ich Die Ruecastles sind wohl um diese Zeit bereits fort und Toller wird hoffentlich noch nicht wieder zu sich gekommen sein Die einzige die dann allenfalls noch Lärm machen könnte ist also Tollers Frau Wenn sie diese mit irgendeinem Auftrag in den Keller schicken und ihn hinter ihr abschließen könnten so würden sie uns die Sache außerordentlich erleichtern Ich bin dazu bereit Gut Dann wollen wir einmal das Ding genauer ins Auge fassen Selbstverständlich gibt es nur eine einzige mögliche Erklärung Sie sind hier um irgendeine andere Person vorzustellen und diese Person selbst wird in dem Zimmer gefangen gehalten Das liegt ja auf der Hand und die Gefangene ist wie ich nicht im mindesten bezweifle die Tochter Fräulein Alice Rewcastle wenn ich mich recht erinnere die sich angeblich in Amerika befindet Jeden jedenfalls ist die Wahl auf sie gefallen weil sie ganz dieselbe Größe Figur und Haarfarbe haben ihr hatte man sehr wahrscheinlich das Haar abgeschnitten und so mussten sie das ihrige gleichfalls opfern durch einen merkwürdigen Zufall sind ihnen die Strähnen in die Hände gefallen Der Mann auf der Straße war zweifellos ein Bekannter von ihr oder wohl ihr Verlobter Da sie nun Fräulein Alice's Kleider trugen und ihr so ähnlich sehen so musste er aus ihrer Heiterkeit bei seinem Jedesmaligen erscheinen und dann vollends aus ihrer Hand Bewegung schließen dass seine Angebetete völlig zufrieden sei und seine Aufmerksamkeit ferner nicht wünsche Der Hund wird nachts losgelassen damit ihr Verehrer keinen Versuch macht sich mit ihr in Verbindung zu setzen Soweit ist alles ganz klar Den ernsteren Punkt bildet der Charakter des Kindes Was in aller Welt hat denn das damit zu tun rief der Doktor aus Mein lieber Wurzen Wenn du dir in deinem Beruf als Arzt über die Neigungen eines Kindes Aufschluss verschaffen willst so studierst du jedes Mal dessen Eltern siehst du denn nicht ein dass das umgekehrte Verfahren ganz dieselbe Berechtigung hat ich habe oft und viel wirkliches Verständnis für den Charakter der Eltern erst durch das Studium ihrer Kinder gewonnen dieses Kind hat einen abnormen Hang zur Grausamkeit und mag dieser nun von seinem stets lächelnden Vater her rühren wie ich vermute oder von seiner Mutter jedenfalls bedeutet er nichts Gutes für das arme Mädchen das sich in ihrer Gewalt befindet sie haben ganz gewiss recht herr holmes rief fräulein hunter aus es fallen mir jetzt tausenderlei dinge wieder ein die mir beweisen dass sie das richtige getroffen haben wir wollen keinen augenblick verlieren um dem armen geschöpft zu hilfe zu kommen wir müssen vorsichtig zu werke gehen denn wir haben es mit einem ganz geriebenen patron zu tun versetzte holmes vor sieben uhr können wir nichts beginnen um diese stunde werden wir bei ihnen eintreffen und dann wird das rätsel bald gelöst sein ganz pünktlich um sieben uhr fanden sich holmes und watson ein den wagen hatten sie in einem wirtshaus an der straße eingestellt an der baum gruppe mit ihrem dunklen laub das jetzt im licht der sinkenden sonne einen blinkenden metall glanz ausstrahlte würden sie das haus sofort erkannt haben auch wenn fräulein hunter nicht freundlich lächelnd an der haustreppe gestanden hätte haben sie es ausgeführt fragte holmes ein lautes heftiges pochendrang von unterhalb des treppenhauses herauf das ist frau toller im keller sagte sie ihr mann liegt schnarchend auf der küchenbank hier sind seine schlüssel er hat ganz die gleichen wie her rukastel sie haben ihre sache wirklich gut gemacht rief holmes erfreut aus nun gehen sie voran und wir werden dieser dunklen geschichte bald auf den grund kommen sie stiegen die treppe hinauf schlossen die tür auf und gingen den gang entlang bis sie vor der verrammelten tür standen die fräulein hunter beschrieben hat holmes schnitt den strick durch und nahm die vorgelegte stange weg dann probierte er verschiedene schlüssel im schloss aber ohne erfolg drinnen vernahm man keinen laut und bei dieser stille verdüsterten sich holmes züge ich will nicht hoffen dass wir zu spät kommen sagte er wir wollen lieber ohne sie hineingehen fräulein hunter nun watson stemme einmal deine schulter an dann werden wir ja sehen was sich ausrichten lässt es war eine alte wackelige tür die dem vereinten druck sofort nachgab zusammen drangen sie in das zimmer ein es war leer ein schmales feldbett ein kleiner tisch und ein korb mit wäsche bildeten die ganze ein richtung das oberlicht stand offen und die gefangene war fort die ist eine schurkerei vorgegangen sagte holmes der saubere herr hat fräulein hunters absichten erraten und sein opfer fortgebracht aber wie durch das oberlicht wir werden bald sehen wie er es angestellt hat damit schwang er sich auf das dach hinauf oh ja rief er hinaus hier schaut eine lange leichte leiter über die dachrinne empor mit dieser hat er die sache ausgeführt aber das kann ja nicht sein bemerkte fräulein hunter die leiter stand noch nicht da als die rue castles fort gingen dann ist er zu diesem zweck noch einmal heimgekommen ich sage ihnen er ist ein schlauer gefährlicher mensch es sollte mich auch gar nicht wundern wenn es sein tritt wäre den ich eben auf der treppe höre ich glaube Watson du wirst gut tun deine pistole bereit zu halten kaum waren diese worte aus seinem Munde als ein sehr dicker aufgedunsener Mann mit einem schweren Stock in der Hand unter der Tür des Zimmers erschien Fräulein Hunter schrie laut auf bei seinem Anblick und drückte sich an die Wand Holmes dagegen sprang vor und trat ihm gegenüber wo ist ihre Tochter fragte er der dicke Mann sah sich rings um und schaute dann nach dem Oberlicht hinauf diese Frage muss ich an euch richten ihr Spitzbuben und Diebe aber jetzt habe ich euch gefangen ihr seid in meinen Händen ich will euch heim leuchten damit wandte er sich um und eilte die Treppe hinunter was er laufen konnte er holt den Hund rief Fräulein Hunter ich habe meinen Revolver sagte Watson wir wollen lieber die Haustüre schließen schlug Holmes vor und sofort stürmten alle zusammen die Treppe hinunter kaum hatten sie den Hausgang erreicht als sie das Bellen eines Hundes und gleich darauf einen kläglichen Hilferuf vernahmen ein etlicher Mann mit rotem Gesicht und schlotternden Gliedern trat taumelnd aus einer Nebentür und rief wer hat den Hund losgemacht seit seit Tagen hat er nichts zu fressen bekommen schnell schnell zu Hilfe ehe es zu spät ist Watson stürzte mit Holmes zur Tür hinaus und um die Hausecke herum toller hinter drein eine gewaltige heiß hungrige Bestie hatte ihre schwarze Schnauze in Herrn Rue Castles Hals gegraben der sich ächzend am Boden wand Watson lief hinzu und jagte dem Hund eine Kugel durch den Kopf er stürzte zusammen aber seine scharfen weißen Zähne steckten noch in den mächtigen Falten von Rue Castles Hals mit vieler Mühe brachten sie beide auseinander und trugen den Verwundeten zwar lebend aber schauerlich zugerichtet ins Haus sie legten ihn auf das Sofa im Wohnzimmer und nachdem der inzwischen wieder nüchtern gewordene Toller mit der Botschaft von dem Vorfall an seine Frau abgeschickt war tat Watson alles was er vermochte um die Qual des Verwundeten zu lindern sie standen alle um ihn herum als die Tür aufging und eine große hagere Frauen Person ins Zimmer trat Frau Toller rief Fräulein Hunter Ja Fräulein als Herr Rue Castler heim kam ließ er mich zuerst heraus ehe er zu ihnen hinauf ging Ach Fräulein es ist schade dass sie mich ihre Absicht nicht wissen ließen ich würde ihnen gesagt haben dass sie sich vergebliche Mühe machen so rief Holmes und blickte sie scharf an offenbar weiß Frau Toller mehr von der Sache als irgend sonst jemand jawohl und ich sage auch ganz gerne was ich weiß dann bitte setzen sie sich und lassen sie uns hören denn ich gestehe mehrere Punkte sind mir noch nicht ganz klar ich würde ihnen längst alles auseinander gesetzt haben hätte ich nur aus dem Keller heraus gekonnt falls die Sache etwa vor Gericht kommen sollte so vergessen sie nicht dass ich mich auf ihre Seite gestellt und es auch mit Fräulein Alice gut gemeint habe seit der Wiederverheiratung ihres Vaters hat sich Fräulein Alice zu Hause nicht mehr glücklich gefühlt sie sah sich immer zurückgesetzt und durfte aber eigentlich schlimm erging es ihr erst als sie sich mit Herrn Frohler verlobte so viel ich gehört habe besaß Fräulein Alice nach dem Testament ihrer Mutter gewisse Ansprüche aber sie war viel zu sanft und gutmütig um sie geltend zu machen und ließ alles in Herrn Ruecastles Händen der wusste wohl dass er mit ihr machen konnte was er wollte als jedoch die Möglichkeit eintrat dass sein Ehemann kam und alles verlangte was er nach dem Gesetz beanspruchen konnte da hielt es ihr Vater an der Zeit einen Riegel vorzuschieben er verlangte von ihr sie solle ein Schriftstück ausstellen wonach ihm die Nutzniesung an ihrem Vermögen zustehe sie möge heiraten oder nicht als sie das nicht tun wollte quälte er sie so lange bis sie ein Nervenfieber bekam so dass sie sechs Wochen lang am Rande des Grabes schwebte zwar erholte sie sich endlich aber sie war zu einem Schatten abgezehrt und ihr das machte ihrem Bräutigam alles nichts aus und er blieb ihr so treu wie nur einer durch ihre freundlichen mitteilungen sagte Holmes haben sie nunmehr die Sache so weit aufgeklärt dass ich mir das übrige voll entdenken kann nicht war herr rukastel ging darauf zu seinem einsperrungs system über jawohl und holte fräulein hunter von London um sich den unbequemen Herrn Frohler vom Halse zu schaffen so ist es allein Herr Frohler fuhr Holmes fort belagerte das Haus mit der Zähigkeit eines echten Liebhabers und verstand es durch klingende oder anderweitige Beweisgründe sie in sein Interesse zu ziehen nicht wahr Herr Frohler war ein sehr freundlicher freigiebiger Herr erwiderte Frau Toller gelassen und auf diese Weise sorgte er dafür dass ihr guter Mann stets reichlich zu trinken erhielt und dass die Leiter bereitstand sobald der Herr das Haus verlassen hatte sie haben es getroffen Herr gerade so ist es gegangen wir wir ihnen wirklich anerkennung schuldig frau toller sagte holmes denn sie haben uns über alle punkte die noch dunkel waren volle aufklärung verschafft da kommt ja auch der distrikt arzt mit frau rukastel mir scheint es wird wohl jetzt das beste sein wir bringen fräulein hunter nach winchester zurück da sowohl ihr wie unser ferneres verbleiben im hause keinen ersichtlichen zweck mehr hat so klärte sich also das geheimnis des unheimlichen hauses mit den blutbuchen am tore auf herukastel kam zwar mit dem leben davon blieb jedoch für immer ein gebrochener mann der sein dasein lediglich der aufopfernden pflege seiner gattin verdankte sie wohnen noch immer mit ihren alten dienstboten zusammen welche so viel von herr castles vergangenheit wissen dass er sich nicht entschließen kann sich von ihnen zu trennen her frohler und seine braut ließen sich gleich am tage nach ihrer flucht in southampton trauen er bekleidet jetzt einen beamtenposten auf der insel mauritius was fräulein violette hunter betrifft so legte sherlock combs zu watsons ziemlich lebhafter enttäuschung kein interesse mehr für sie an dem tag sobald das problem gelöst war in dessen mittelpunkt sie gestanden hatte das ist das war das war Untertitelung des ZDF, 2020